Musik Mein Name ist Gerd Bayer, ich bin Ortsbürgermeisterkandidat der grünen Bürgerliste für die Gemeinderatswahl, für die Ortsbürgermeisterwahl in Essingen am 25. Mai. Ja, wir stehen hier vor der guten Stube von Essingen, vor der Dahlberghalle. Ja, und was wir hier im Hintergrund sehen, die Torsos von den gekürzten Plantanen passen überhaupt nicht zu der Stube, zu der guten Stube von Essingen, wo feste Veranstaltungen stattfinden. Und damit kommen wir auch eigentlich zu dem Kernanliegen der grünen Bürgerliste, nämlich dem Schutz der Bäume. Was wir hier im Hintergrund sehen, da wurden Bäume stark gekappt. Sie wurden nach Aussage eines Fachmannes schwer geschädigt. Und der eigentliche Zweck, was man damit erreichen wollte, liegt im Dunkeln. Sei es Verkehrssicherheit oder eine Reduzierung des Laubwerks. All das ist eigentlich Quatsch, weil das funktioniert nicht. Die Bäume treiben an den gekappten Stellen stärker aus und genau dort entsteht dann Fäulnis und die Bruchgefahr wird noch erhöht. Ja, der Schutz der Bäume steht für uns im Vordergrund. Das wollen wir erreichen mit der Einführung einer Baumschutzverordnung. Wir wollen es erreichen mit Baumpatenschaft, mit dem Anpflanzen heimischer Bäume hier in Essingen. Die vielen befestigten Flächen, die wir hier in Essingen finden, sollen entsiegelt werden. Verschiedene Bereiche wollen wir einfach begrünen, mit Bäumen verpflanzen, mit grünen Anlagen bepflanzen. Wir wollen eine Renaturierung des Heimbachs erreichen. Es ist schon längst im Gemeinderat beschlossen, in Hochstadt bereits umgesetzt. Die Hochstädter warten auf uns, dass wir auch in Essingen hier was für den Heimbach tun. Wir wollen Tempo-30-Zone hier in Essingen einführen und zwar in allen Dorfstraßen. Herxheim, Bayer und Schwegenheim zeigen, dass das geht, auch bei Landstraßen, die durch den Ort führen. Das Biotop, wir Essinger Sachen Wäldl dazu, am Silbersee gilt es zu schützen. Dort wurden großflächig jetzt die Pappeln gefällt. Da ist es uns wichtig, dass das wieder entsprechend aufgeforstet wird, dass das Biotop gepflegt wird und sorgsam mit umgegangen wird. Der grüne Gürtel um Essingen ist uns wichtig, dass ein grüner Gürtel in der Landschaft ringsum Essingen entsteht. Dass die öffentlichen Flächen nicht gemulcht werden und dass die Ackerrandstreifen naturbelassen werden. Also auch die, die nicht gemulcht oder gar abgespritzt werden. Wir sind ganz klar gegen den Einsatz von Pestiziden außerhalb der Landwirtschaft. Wir unterstützen die Einführung einer biologischen Landwirtschaft und sind für eine gentechnikfreie Zone in Essingen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch erreichen, dass wir mal im Wettbewerb unserer Dorf hat Zukunft teilnehmen können. Weil wir einfach hier Projekte anpacken in Essingen und Essingen grün machen. Ja, wir Grüne Bürgerliste würden uns freuen, wenn sie uns unterstützen. Wenn sie die angesprochenen grünen Maßnahmen hier in Essingen gut finden. Wenn sie auch für einen Schutz der Bäume sind, wenn sie auch für Grünflächen sind, für die Wiederansiedlung von heimischen Vögeln, für die Unterstützung von Bienen und unserer Imker, die wir doch einige hier im Ort haben. Wenn sie dies unterstützen wollen, dann wählen sie die grünen Bürgerliste. Die grüne Bürgerliste steht für ein grünes Essingen, für den Schutz der Bäume und für ein lebenswertes Essingen. Die grüne Bürgerliste steht für den Schutz der Bäume und für den Schutz der Bäume und für den Schutz der Bäume.